Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 22. August. Zwei neue Polizeihubschrauber üben über dem Rhein. Gerichtsbeschluss für Duschcontainer in Weisenau liegt vor und Mainz-Erdwagenbauer Dieter Wenger. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Mit einer Übung über dem Rhein in Mainz werden am heutigen Donnerstag 9.30 Uhr zwei neue Hubschrauber der rheinland-pfälzischen Polizei offiziell in Dienst gestellt. Die beiden Maschinen sind größer und leistungsfähiger als die bisherigen in der Flotte. Gemeinsam mit dem in der Westpfalz stationierten Rettungshubschrauber Christoph 66, der aber nicht Teil der Polizeiflotte ist, sind damit künftig drei Hubschrauber mit Winden in Rheinland-Pfalz stationiert. Diese Aufstockung ist Teil der nach der Ahrtalflut angestoßene Neuaufstellung des Katastrophenschutzes. Die beiden neuen Polizeihubschrauber können eine noch bessere Unterstützung im Brand- und Katastrophenschutz leisten. Mit mehr als 800 Litern können sie fast die doppelte Menge an Wasser in Außenbehältern transportieren als ihre Vorgänger. Bei der heutigen Übung am Rhein wird ein solcher Löschsack eingesetzt. Die im Werk von Airbus Helicopters in Donauwörth fertiggestellten Hubschrauber werden Teil der Staffel in Winningen. Neues aus der Alexander-Diel-Straße in Weisenau. Hier werden in einem Wohnkomplex Leitungssanierungen durchgeführt, weshalb Menschen in Duschcontainern draußen duschen sollten. Nun liegt ein Beschluss des Landgerichts Koblenz vor, der zu einer deutlichen Veränderung der Situation beitragen dürfte. Der Beschluss könnte unter anderem dazu führen, dass die Sanierung gestoppt wird. Hintergrund des gerichtlichen Beschlusses ist ein nichtkonformer Sanierungsbeschluss, der von der Wohnungseigentümer Gemeinschaft WEG, die von der Hausverwaltung Kronengarten Service GmbH vertreten wird, im Jahr 2017 während einer Versammlung getroffen wurde. Im vergangenen September wurden den Hausbewohnern mobile Duschen auf die Wiese vor dem Haus gestellt. Das sorgte für viel Aufregung, die Befürchtung. Im anstehenden Herbst und Winter hätten die Bewohner aufgrund der Sanierungen draußen duschen müssen. Hintergrund der umfassenden Sanierungsarbeiten war ein legionellen Befall in der Warmwasserleitung der Wohnanlage. Das Senfwerk aus Bad Kreuznach hat bereits zahlreiche Preise abgeräumt. Sie wurden mit Gold als Feinkostprodukt des Jahres sowie als bestes Produkt 23 ausgezeichnet und erhielten gleich in zwei Kategorien den international renommierten German Brand Award. Den Senf gibt es bei dem Start-up in fünf Sorten, klassisch Chili, Meerrettich, Mango und Süß. Jetzt ist das Senfwerk in die nächste Runde eingestiegen. Derzeit durchläuft die Manufaktur einige Zertifizierungen, die für den Vertrieb auf dem deutschen Markt benötigt werden. Diese stellen das kleine Unternehmen laut Bruno Schulz, einer von drei Geschäftsführern, vor große Herausforderungen. Das Rheinland-Pfälzische Landesmuseum in Mainz soll ein modernes Konzept erhalten. Die Pläne dazu haben der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling und Museumsdirektorin Birgit Heide am Mittwoch im Museum vorgestellt. Demnach soll die Steinhalle, die zeitweise als Interimsstandort für Sitzungen des Mainzer Stadtrats diente, umgebaut werden und künftig den Besuchern römische Schätze präsentieren. Sie soll das multifunktionale Herzstück des Museums werden. Museumsdirektorin Heide möchte zudem mehr auf digitale Formate setzen und die Geschichte beispielsweise über VR-Brillen lebendig werden lassen. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Neukonzeption für die nächsten zwei Jahre mit 1,5 Millionen Euro. Während der Arbeiten soll das Landesmuseum geöffnet bleiben. Seine Motivwagen haben über Jahrzehnte den Mainzer Rosenmontagszug geprägt. Nun ist Dieter Wenger geehrt worden. Wengers Bekanntheitsgrad gehe weit über die Grenzen von Mainz hinaus. Dies mache ihn zum würdigen Träger einer der höchsten Auszeichnungen, die von der Stadt vergeben wird, die Gutenberg-Plakette. Diese wurde ihm jetzt von Oberbürgermeister Nino Hase bei einer Feststunde im Stadthaus überreicht. Inspirationen und Ideen hat sich Wenger von überall her geholt. Persönlich blieb für ihn Gutenberg die zentrale Gestaltungsfigur. Zum 60. Landesjubiläum war es am Rheinland-Pfalz-Tag ein Narrenschiff, auf dem er am Loreley-Felsen einen Gutenberg anbrachte. Legendär auch die Geschichte des verwaisten Gutenberg-Denkmals vor dem Theater während der Restaurierungsarbeiten. Kurzerhand schuf Wenger einen sitzenden Gutenberg für den Sockel mit Narenkappe, den Insignien weg, Worscht, Woi und statt der gewohnten Bibel hielt seine Figur eine Ausgabe der Nahhalla im Arm. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de.